Ein Ford Grand C-Max ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Van ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Dachrailing, Einparkhilfe, Bluetooth, und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner überträgt eine Leistung von 125 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 21.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Więks